Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über andere Menschen schwächer machen und ich muss gleich vorab sagen, es ist möglicherweise der Auftrag zu gar nicht so wenigen Videos, also es wird jetzt keine Reihe oder so, aber die könnten sich in Zukunft, merke ich gerade so, vermehren, wo ich im Grunde ein paar, wahrscheinlich für einige Menschen eher ziemlich krasse Thesen vertrete, wo ich dann selber Rechtfertigungsbedarf habe, wie kann ich mir das erlauben oder wie kann ich das als nicht vollkommen unmoralisch ansehen, dass ich solche Positionen vertrete. Ich muss sagen, in all diesen Videos, die also eher problematische Dinge behaupten oder zumindest mal gedanklich durchgehen und in Erwägung ziehen, ist das vielleicht so oder so oder so, agiere ich mit einem Rückhalt oder mit einem Netz und doppelten Boden, das für die meisten Menschen heute gar nicht selbstverständlich ist oder gar nicht da ist. Also sozusagen, ich kann das machen, weil ich einen Rückhalt habe, den vielleicht früher Menschen hatten, die sehr, sehr religiös waren. Ich bin überhaupt nicht religiös, mein Rückhalt ist anderer Art, ich behaupte, das ist ein nicht religiöser Rückhalt. Und dieser Rückhalt ist ein relativ klares Bild von der gesellschaftlichen Realität, in der bestimmte Dinge, die wir derzeit vor allem in unserem Privatleben und Berufsleben suchen, so gesehen werden, dass sie im Privat- und Berufsleben gar nicht realisierbar sind, sondern nur im politischen Leben, das heißt in einem Leben, das wir derzeit noch gar nicht realisieren. Das ist so die Hintergrund-Denkfigur bei vielen Dingen, die ich sage. Und das ist so kontraintuitiv, dass man automatisch viele Dinge, die ich sage, wahrscheinlich falsch einordnen muss. Ich sage sie trotzdem, auch wenn ich antizipiere, dass sie wahrscheinlich missverstanden werden müssen und auch gar nicht anders können, als missverstanden werden. Und das ist niemandes Fehler. Das ist weder mein Fehler noch der Fehler der Menschen, die das missverstehen. Das ist einfach, it just happens. Also Missverständnisse passieren. Und sie sind auch unvermeidlich. Richtig verstehen würde man es aus meiner eigenen Sicht, wenn man diesen Hintergrundgedanken ernst nimmt, dass sozusagen sowas wie auch, wie kann man sagen, ein gutes zwischenmenschliches Grundverhältnis, ein stabiles zwischenmenschliches Grundverhältnis nur und ausschließlich politisch erreichbar ist. Und das setzt wiederum einen Politikbegriff voraus, den die Neuzeit so gar nicht hat oder höchstens ansatzweise kennt. Also es ist ein anderer Politikbegriff, ein anderes Politikverständnis, als das, was jetzt so viel Geld hat verbreitet ist. Also wenn ich Politik sage, meine ich was anderes, als das, was heute so Politik genannt wird. Meine These ist ja, wir sind faktisch eine Gesellschaft ohne Politik, eine Gesellschaft, die Politik noch gar nicht hat, noch gar nicht realisiert hat. Hätten wir das aber realisiert bereits, also würden wir bereits in einer wirklich politischen, politisierten Gesellschaft leben, dann würde man das, was ich sage, über den privaten, beruflichen und unternehmerischen Bereich leichter richtig einordnen können, richtig in Anführungszeichen, also in dem Fall richtig in dem Sinne des Erfinders. Das heißt, so wie ich es gern verstanden hätte, wie ich es meine, kann es erst verstanden werden, wenn angenommen wird oder realisiert wird es bereits eine politisierte Gesellschaft, die wir aber derzeit eben nicht realisieren, die wir derzeit noch nicht haben. Das ist das Backup, das gedankliche Backup, mit dem ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und dieses Backup ist vollkommen unselbstverständlich, völlig problematisch derzeit. Ich setze da etwas voraus, was ich eigentlich gar nicht voraussetzen darf, aber mache es einfach trotzdem. Das ist so praktisch jetzt die Vorrede. Jetzt weg von der Vorrede, worum geht es hier? Andere Menschen schwächer machen. Und wenn also Menschen faktisch durch das, was sie tun und sagen, andere Menschen schlechter machen, gehen wir häufig davon aus, im Sinne von eines Cui Bono, dass Menschen das, wenn sie das machen, absichtsvoll tun. Also Menschen machen andere Menschen schwächer, weil es ihre Absicht ist, andere Menschen schwächer zu machen. Das ist eine häufig anzutreffende Gedankenfigur heutzutage. Meine steile These ist, das ist der seltenere Fall. Es mag vorkommen, da möchte ich gar nicht bestreiten, dass es das gibt, also absichtsvolle Schwächungen anderer Menschen. Ich glaube, dass der sehr viel häufigere Fall in unserer heutigen gesellschaftlichen Realität die unabsichtliche Schwächung ist. Das heißt, Menschen möchten eigentlich entweder Menschen gar nicht schwächer machen oder sogar sie möchten sie stärken. Das ist ihre Absicht. Aber die Effekte ihres Tuns sind kontraintentional. Das heißt, sie realisieren sich gegen die Absichten des Absichtenhabers. Das heißt, derjenige bewirkt das Gegenteil von dem, was er bewirken will. Und das kann man in der Realität der heutigen gesellschaftlichen Prozesse häufig antreffen. Das heißt, wenn wir das annehmen, dass das, was ich gerade gesagt habe, kein völliger Stuss ist und wir sind also jetzt auf dem Trip, wir wollen eigentlich andere Menschen stärker machen. Wir wollen sie bestärken, dass wir sehr vorsichtig sein müssen hinsichtlich unseres eigenen Agierens, unserer eigenen Absichten, weil möglicherweise das, was wir tun und das, was wir tun wollen oder das, was wir glauben zu tun, einfach auseinandertritt in der Realität. Wir wollen Gutes, wenn wir das überhaupt so sehen, andere Menschen stärker machen, ist gut. Wir wollen Gutes, aber wir bewirken das Gegenteil. Und wenn wir also annehmen, es gibt diese Struktur in der Realität, dann müssen wir sehr vorsichtig werden. Das ist zum Beispiel das, was viele Therapeuten und viele Coaches mitreflektieren und dann zu ziemlich kontraintentionalen Interventionen kommen. Das heißt, sie kommen zu einer Aktionsweise, die gar nicht naheliegend ist, jetzt erstmal für den Laien, für jemand, der das nicht berufsmäßig ausübt. Also für jemand, der mit dem Thema weniger zu tun hat, der würde nicht so vorgehen. Und Menschen, die aber täglich damit zu tun haben, weil das ihr Beruf ist und sie damit diese Themen täglich haben, kommen dann zu etwas weirden, aus Laien-Sicht weirden, Verhaltensweisen, die eben erstmal nicht naheliegend, die nicht intuitiv sind, die nicht naheliegend sind. Wo man sich denkt, was tut der Mensch da? Das ist ja komisch. Aber es macht Sinn, wenn man mehr damit zu tun hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in dieser Abstraktheit lassen will oder ob ich zumindest ein Hauch konkreter werden möchte. Ich überlege mal kurz, ob ich das überhaupt will. Da schlummert irgendwie so ein Gedanke. Aus meiner Sicht ist das sehr abstrakt jetzt gedacht und es gibt viele Konkretionen dieses Gedankens, nicht nur eine Form der Konkretion. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich eine ganz bestimmte Konkretion, die aber nur eine von vielen ist, hier etwas ausgiebiger durchgehen will oder erläutern will. Ich bin unsicher. Ich glaube, ich lasse es für hier jetzt mal so dahingestellt und wenn also jetzt noch eine Konkretion dazu kommt, mache ich ein eigenes Video dazu. Das ist vielleicht gerade sinnvoller. Also jetzt bin ich da, was das Konkrete angeht, gerade nicht klar genug. Das kann sich schon in einer Minute ändern. Dann folgt jetzt eine Minute später ein anderes Video, wo ich auf ein Beispiel, das mir gerade wichtig ist, aber das nur ein Beispiel von vielen ist, eingehe. Für hier ist es nur so wie gesagt, möglicherweise ist es eben so, dass wir die ganze Zeit uns absichtslos schwächen, dass auch möglicherweise von der Struktur her zum Nachteil aller ist. Also im Grunde niemand profitiert davon und wir tun es trotzdem. Das sind eigentlich die interessantesten Strukturen in unserer heutigen Welt. Also man könnte sagen, das sind klassische Gefangenen-Dilemma-Strukturen. Also sozusagen keiner will es, keiner will den Endzustand, keiner will den Ergebniszustand. Alle wollen es eigentlich besser und aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Akteure geht ein Gesamtzustand hervor, der alle gleichzeitig schädigt. Das ist die Struktur des Gefangenen-Dilemmas, wenn man es so etwas abstrakt formuliert. Und solche Gefangenen-Dilemma-Strukturen sind eigentlich die interessantesten Strukturen in unserer heutigen gesellschaftlichen Realität. Und häufig werden sie pauschal negiert. Das heißt, es gibt nicht ganz wenige Menschen, auch nicht ganz wenige Menschen in Verantwortung, die davon ausgehen, dass es so etwas wie Gefangenen-Dilemma-Strukturen in der Realität gar nicht gäbe. Und da würde ich dann sagen, diese Menschen sind in großen Teilen nicht in der Realität unterwegs, gedanklich. Ja, also, weil das sind so wichtige Strukturen, so entscheidende Strukturen, sie sind so wirkungsvoll, sie sind so folgenreich, dass wenn man mental unterwegs ist und sagt, eigentlich performativ so etwas wie Gefangenen-Dilemma-Strukturen gibt es nicht in der Realität, dann ist man nicht in der Realität unterwegs. Dann blendet man einfach große Teile des gesellschaftlichen Geschehens willkürlich oder unwillkürlich aus. Und das ist so eine Minimalbedingung. Also Minimalbedingung für heutiges Denken über Gesellschaft ist, erkennt derjenige, der da über Gesellschaft nachdenkt, an, dass es so etwas wie Gefangenen-Dilemma-Strukturen gibt und hat er Antworten darauf. Also würdigt er die Realität von Gefangenen-Dilemma-Strukturen? Das geht spätestens mit Hobbes los, eigentlich viel früher. Man könnte auch schon bei Platon oder Thucydides und anderen die Würdigung von Gefangenen-Dilemma-Strukturen finden, wenn man sucht. Es gibt aber heute Menschen, also Menschen, die 2400 Jahre später leben und darauf immer noch nicht eingehen und dann reißen sie halt Minimalbedingungen des Nachdenkens über Gesellschaft. Also sozusagen, sie sind keine ernsthaften Autoren oder ernsthaften Denker oder Leute, die man irgendwie ernst nehmen sollte, weil sie einfach, wie soll man sagen, sie denken über marginale, unwichtige Dinge nach und über die entscheidenden Dinge denken sie nicht nach und dann ist halt irgendwas verkehrt. Also man könnte sagen mit Nietzsche, es ist eine Geschmacksverirrung und das ist eigentlich die härteste Kritik, die es überhaupt gibt, wenn man Nietzscheanisch denken würde. Ja, also in Nietzsches eigenem Denken ist es so, es gibt kein schlimmeres Fehlgehen, als in der Bewertung dessen Fehlzugehen, was wichtig und was unwichtig ist. Das ist, was Nietzsche nennt Mangel an Geschmack. Und das kommt noch vor allen anderen Irrtümern, die auch noch möglich sind. Es gibt viele Irrtümer, die möglich sind über Realität, aber Mangel an Geschmack, also sozusagen falsches Bewerten von was ist wichtig, was ist unwichtig, ist der schlimmste Fehler, der einem passieren kann. Und nach meinem Urteil, wenn man über Gesellschaft nachdenkt, man denkt nicht über Gefangenen-Dilemmastrukturen und ihre Folgen und auch die Auflösbarkeit von Gefangenen-Dilemmastrukturen oder Nicht-Auflösbarkeit von Gefangenen-Dilemmastrukturen nach, dann ist aber, irrt man sich so fundamental über Gesellschaft heute, dass alles, was danach noch gesagt wird und kommt, einfach nicht des Nachdenkens wert ist oder nicht würdig ist, eben gewürdigt zu werden oder Zeit zu rauben, Zeit zu stehlen, Zeit zu verbrauchen. Ja, dann möge man über anderes nachdenken. So mein merkwürdiges, privates, persönliches Werturteil. Ceterum censio, Isonomia am esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Polity, die Demokratie gelost werden muss.